Servus Pyros, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch das Firekits XL vom Komet. Ja, ein Fontänen- und Vulkansortiment gekauft bei Rossmann. Gibt es auch aktuell noch, für 5,99 Euro muss man sagen. Zwei Fontänen, drei Vulkane sind hier enthalten. Also eine bunte Sortierung mit einer NEM von insgesamt 36 Gramm, also durchaus okay. Wir haben hier eine Red Fontäne, eine Silber Fontäne, Magma Rot, Magma Grün und Magma Blau Vulkane enthalten. Finde ich echt cool. Und ja, wir werden die jetzt einfach alle mal testen. Lass uns mal davon überzeugen. Natürlich ist 5,99 Euro. Für 5 Teile ist schon ein ordentlicher Preis, wenn wir das jetzt zum Beispiel mal mit der Fontänen-Party von Nico Vergleich für 3,99 Euro. Aber die sollen wohl trotzdem ganz edel sein. Und wir überzeugen uns jetzt einfach mal davon. Ich hätte gesagt, es geht direkt los mit dem Test. Auf geht's! Firekits XL vom Komet. Wir starten mal mit den drei Vulkanen. Legen wir los mit dem Magma Rot Vulkan. sehr, sehr schön. Ja doch, hat mir echt gut gefallen. Also ist eigentlich ganz schön anzusehen. Wir machen direkt weiter mit dem Magma Grün Vulkan. Ja, ganz kurzes Grün am Anfang zu sehen. Ansonsten dann eher wirklich halt Silber. Machen wir den letzten Bekan noch. Edel Magma Blau. Mal schauen. sehr, sehr schön anzusehen. Ja doch, echt schön anzusehen auf jeden Fall die Vulkanen. und als letztes machen wir jetzt hier noch die Fontänen. Wir fangen an mit der Red Fontäne. sehr, sehr schön anzusehen. Wirklich edel. Doch, hat mir sehr gut gefallen. Und als letztes aus dem Set noch die Silber Fontäne. in blau. Ja, war jetzt nichts Ganzes und nichts Haltes, muss ich sagen. So ein paar Knistersterne dabei. Ja, aber alles in allem würde ich sagen, sind das schöne Fontänen von Komet für 5,99. ist natürlich schon eher die obere Preisklasse. Aber kann man sich auf jeden Fall mal holen. Also wenn ihr da rankommt, dann gönnt euch die auf jeden Fall. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.